Norddeutscher Rundfunk 2021 Da ist er ja! Keine Sorge, Zuma holt sie raus und ich kümmere mich um ihr Schiff. Danke, Ryder! Rettungsring! Ja! Ja! Juhu! Danke, Zuma! Wart auf Autopilot! Geschafft! Es lebe die Paw Patrol! Schön wieder auf festem Boden zu stehen, auf dem Schiffsboden. Und jetzt helfen wir ihnen Fotos zu machen. Vom Blaufußtölpel. Diese Vogelart sieht man bei uns eigentlich kaum noch. Achtung! Ich bin im Anflug! Oh-oh! Oh-oh! Oh! Danke! Also, Orazio, welchen Vogel soll ich denn nun fotografieren, ne? Oh, den Blaufußtölpel! Ich mache ein Foto von seinen blauen Füßen auf einem weißen Felsen! Fahr los! Fahr los, Orazio! Fahr los! Ah! Die blauen Füße sind bestimmt gut zu sehen! Da ist er! Sie sind richtig blau. Käpt'n Tollpatsch, wir haben ihn. Den Blaufußtölpel? Super, du hast ihn gefunden. Wir müssen uns ihm ganz langsam nähern. Weißt du, Blaufußtölpel sind nämlich ganz besonders scheu. Aber wer zu langsam ist, der kommt zu spät. Achtung! Ich werde das Foto für dich machen, Horatio. Nein, François, warte. So machst du dem Vogel nur Angst. Ah, der Vogel. Also, dann wollen wir mal. So, mein blaufüßiger Freund. Bitte lächeln. Aber was soll denn das? Ich will doch nur ein Foto machen. Hilfe! Wir müssen François retten. Hilfe! Tut mir leid, ich wollte dich wirklich nicht ärgern. Halte durch, François. Hilfe ist unterwegs. Horatio, hilf mir. Der Tollpel ist richtig sauer. Ich meine nicht, dass ich Angst habe. Ahu! Hilfe! Hilfe! Rettungsring! Ich danke euch! Ich danke euch! Ich danke euch! Puh, das war knapp. Hallo, du bildschöner blaufüßiger Vogel. Darf ich ein Foto von dir machen? Nein. Geht es dir gut, François? Ja, bestens. Ich danke dir, Horatio. Und der Boopatrol. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Oh, jetzt habe ich doch kein Foto von deinem Vogel gemacht. Ist nicht schlimm. Käpt'n Tollpatsch hat ein paar tolle gemacht. Wenn wir mehr über den Tollpel wissen, dann kommen vielleicht auch ein paar mehr in unsere Gegend. Mehr Blaufußtollpel? Oh, no, 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 no. Fertig? Yippie! Hallo, Ryder. Ich habe dir ein Foto von dem Blaufußtollpel mitgebracht. Als Dankeschön. Oh, danke, Käpt'n. Ein Skateboard. Ich, du darfst als Erster. Nein, du darfst zuerst fahren. Danke, Käpt'n. Der, send mich an. Achtung! Er rebimm! Nachificar. 4. INF. 1.